In dieser Mini Plus weise ich eine Königin ein, eine von meinen Abidea-Königinnen, also eine Nachzucht von der B282. Schauen wir mal rein. Ich habe den Käfig vor uns reingetan mit der Königin drin. Dieses Volk ist scheinbar weiselos. Da habe ich mir so gesagt, bieten wir mal so eine an. Sieht ganz gut aus. Bienchen bekümmern die Königin. Es wird auch gestärzelt. Auch hier überall Bienchen. Die Volk ist auch gleich hochgekommen in die oberste Zarge. Es sind gar nicht mehr so viele Bienen. Nach unten wird gestärzelt. Ja, sehr schön. Ich habe sie auch gezeichnet. Ja, wir können die jetzt frei fressen. So, legen wieder hin. Vorsichtig und wollen noch keine Biene quetschen. Ja, jetzt ist keine Trudung. So, hier meine Hand. Sitzen sie auch gleich dran. Riecht noch Königin. So, jetzt stellen wir mal ab. Ihr Mädels rein mit euch. Na, zwei bleiben sitzen. Gut. Machen wir den Deckel drauf. Könnt ihr die frei fressen. Dann habt ihr dann wieder eine schöne Königin. Und die Königin kann dann richtig Gas geben. So, machen wir vorsichtig den Deckel drauf. So, machen wir vorsichtig den Deckel drauf.